Boah, ist doch gut da, ne? 8 und 40. Boah, gut, ja. Na gut, vielleicht mal so einen entspannten Kampf, wäre auch mal nicht schön. Was ist so in der Beschreibung, finde man? Roboter. Chaosautomaten. Keine Truhe. So ein Knipp. Ah, da ist einer. Na gut. Na gut, da ist einer. Haha. Das ist mir immer noch ein paar. Ah, wo ist der Bedeck? Da gehe ich noch. Soll ich auch die Truhe mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin. Kommt ihr Trantüten. Ja, aber wie soll das eine Rolle machen und nicht du? Hm. Oh, doch. Ja. Oh. war so geplant genau so wollte ich das geschütz ablenken genau so nicht anders so müssen wir langen nach oben jawohl gole ww ww Oh, 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 oh. Was ist das? Oh, irgendwo muss noch einer sein. Ah. Oh. 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 Der Illuminator. 5 2 3 4 5 8 8 Oh ja, ne? Oh ja, ne? Um, das helfe ich auch mal. Geht doch. Gehen wir jetzt mal da. Gehen wir jetzt zurück. Hä? Hm. Hier bin ich nicht richtig. Oh ne, er hat mich schon wieder verlaufen. Verlaufen. Jetzt wird schon wieder langweiler. Meine Güte, ne. Okay. Wir haben von hier aus weitergehen können, ne. Kommt ihr? Ich will hier nicht alleine rein. Der Moon habe ich noch hart genug. Waaai! Oh! Das ist ein Treasure Box. 7.000. Wir sind immer halb tausend Schuss. Ist sogar mehr. Reicht. Ganze Weile. Waaa. Boa. Die sind immer mega zielsicher. Boah, die sind echt nervig. Boah, das ist wieder dieser blöde Raum, jetzt weiß ich es nicht. Ihr seid so nicht zur Gebrauchung, ihr doben Dinger da draußen. Das ist doch schön, das ist das Problem. Ich gehe weiter. Das ist das Wichtigste. Das war's für mich. Nein, das ist die Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ah, ärgerlich. Ergubsterei, erst mal siehst du es ein Geschütz. Ergubsterei, erst mal siehst du es ein Geschütz. Ergubsterei, erst mal siehst du es. Ergubsterei, erst mal siehst du outra. Sohn Wennster's K chatting oder іst du bei dis golden 아니고 mit ihr, ist es traum �쳤 leftig. Ar полig Terre kommenpäre składað cri огром mit ihrší es. Ergubsterei, erst mal siehst du Imagino ini. Oh, ein Quest abgeschlossen. Wohl. Das finde ich gut. Ja, jetzt habe ich mich wieder verlaufen. Ja, gut. Kriegen wir nochmal Erfahrung und nochmal Level Up. Vielleicht auch zwei. Das war glaube ich gerade die Tür. Ich hänge sie fest. Oh. So hat er denn keine Waffeln gehabt. Den hat er gerade erledigt. Ich wollte gerade ein, du Sau. Oh. Haha. Das war der peeveig. Ich gehe aber nicht wiederholt. Ich war da. Ich bin Launcher. Ich bin Launcher. Das war das Biste. Ich bin Launcher. Die können da passt. Ich bin Launcher. Es geht bestimmt. Es geht�. Ich bin Launcher. Die Nase. Die Nase. Ich bin Launcher. Das war's für mich. Ja! Das geht auch. Das ist Adelt Greiner fusioniert. Willkommen. In Hintern. Ah, immer wenig. Ah, so. Ich weiß nicht, was macht er denn in der WC für Faxi? Da hat er mich als Männer genommen. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, vaterminer spielt. Oh, vaterminer spielt. Oh. Es ist fast. Irgendwelch ist da. Ja, hinterher er sitzt fest. Ah. Er hat da ganz gut. Er ist mit einem Schick. Was war jetzt denn der Boss oder einfach nur so ein bisschen geplänkelt? Der war übel, ne? Boah. Okay. Was? Im Dungeon zu nem Dungeon reisen? Na schön, wenn das dein Ernst ist. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. Duwe. Kommi mito, kommi mito. Duwe. Du weig, du weig, du weig. Ich weiß nicht. Du gehst mito. Du nehmt. Du weig. försökt. Michiak, ich weiß, dass ich hier ein familyer Und du hast jemanden fragt? Nein, eben nicht. Nein, 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 nein... Tief, es ist wirklich so viel drin für mich. Ich bin es gerade umquatsch, dass ich hier einander Das war's für heute. Decken mit den Schildern, ne? Ich probier's mal hier draußen. Wie mir aus, als wenn's hier weitergeht. Also... Also ein Scheiter. Immer auf mich, immer noch kurz und andere. Also aufs Gärtchen schauen. Oh, da geht's nämlich nur in einen Raum. Das ist schon wieder so ein Special-Game. Uh, ne Laser-Karone XL. Dankeschön. Oh, da geht's. Oh, da geht's. Oh. Cool. Achilles, dass wir die Schildern haben. Also, wir können auch sagen, dass wir diese Schildern sagen. Oh, das ist toll bei mir. Hier ist das Wettbeam. Hier ist die Schildern. Geh kaputt. Geh kaputt. Kaputt. Ein Weltraumpilz. Ja, wofür der ist. Jetzt wird zuerst hier lang. Nur in die Sackgassen zuerst. Oh nein. Oh nein. Einer von den auf Stufe 62. Gut, ne? War nicht elegant, aber wir haben es geschafft. Dann haben wir schon die Sackgassen zuerst. Die Sackgassen zuerst, aber wir haben die Sackgassen zuerst, wenn es nicht so gut ist. Das war eine Sackgassen. Dann haben wir hier, die Sackgassen zuerst. Unfall das nicht. Ich bin aber nicht die Sackgassen. Ich denke, das hier. Meist das nicht. Das ist eine Sackgassen zuerst. Untertitelung des ZDF, 2020